JFT, just fair and direct. Markt, aktuell ist es zumindest noch sehr, sehr ruhig. Wir werden uns der aktuellen Lage natürlich widmen. Bevor wir das tun, wie gewohnt erstmal ganz kurz der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst. Dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere und gegebenenfalls Fortrade definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen erstmal ganz kurz auf die News-Seite. Blicke nach rechts oder eben auch nach links. Man sieht, dass Montag hier nichts nennenswert ist. Kommt aus Japan ein paar Zahlen, die da herauskamen, die mich aber eigentlich grundsätzlich nicht interessieren. Somit ist rechts ein Strich. Dienstagmorgen wäre auch ein Strich. Erst am Mittwoch kommt um 20 Uhr das FOMC-Protokoll. Auch erst um 20 Uhr. Somit ist zum Handelstag am Mittwoch auch erstmal nichts Nennenswertes an Wirtschaftskennzahlen zu erwarten. Donnerstag in Strich und Freitag kommenden ein paar Zahlen. Summa summarum werden wir eine Woche haben mit nicht so nennenswerten Wirtschaftskennzahlen. Wir haben natürlich ein paar Oberheadlines in Europa. Schlägt aktuell das RKI wieder zu. Spanien wurde zum Risikogebiet ernannt. Und Frankreich wird eventuell auch folgen. Bedeutet natürlich, dass die Reisebranche, die eh schon sehr gebeutelt ist, wahrscheinlich hier eben noch ein weiteres Mal einen auf den Deckel bekommt. Was natürlich grundsätzlich nicht als positiv gilt. Dennoch gibt es das ein oder andere Unternehmen, was ja aus der Corona-Krise doch etwas Gewinne produzieren konnte. Und somit muss man hier abwägen, was ist jetzt gut, was ist schlecht. Das ist heute nicht die Aufgabe. Sondern wir wollen uns natürlich der charttechnischen Situationen hier vorrangig erstmal widmen. Zumindest für den Vormittag. Wir werden ja dann um 10 den Live-Trading-Ruhm haben, um am Nachmittag dann die US-Opening-Belle hier zu bestreiten auf YouTube. Dort dann die Vorbereitung auf die US-Markt-Session. Da könnte vielleicht dann schon ein wenig Bewegung kommen. Aber zumindest so, wie es aktuell aussieht, ist es erstmal sehr, sehr ruhig. Und somit lassen wir es auch bei den Wirtschaftskennzahlen und gehen direkt auf die Charts. Einen wunderschönen guten Morgen hier an der Stelle. Und wir blicken mal ganz kurz. Moment, ich klicke das mal weg. So, wir schauen erstmal auf den DAX und sehen. Und man kann es kaum erkennen. Ich kestle es mal ein, was hier am Morgen oder beziehungsweise in der Nacht-Session aktuell passiert ist. Also wir hatten ja am Freitag, das war diese Kernbewegung, so ein bisschen Druck auf der Unterseite. Dann hat sich der Markt im Bereich um die Marke 12.800 erstmal wieder so ein wenig gefangen. Wir sind jetzt so im Bereich ganz knapp vor der 900er Marke. Also schon wieder in etwa so 100 Punkte von diesen Freitagstiefs weg. Die Schlusskurse waren dann auch etwas höher. Der 17.30 Uhr Schlusskursbereich, der liegt noch über uns und der 22 Uhr Schlusskursbereich ganz, ganz knapp unter uns. Also wir befinden uns quasi zwischen den beiden Schlusskursen. Auch der Öffnungskurs um 8 war erstmal genau dazwischen. Und das war es dann auch an nennenswerten Bewegungen. Wir waren zwar mal ein klein wenig unterhalb des 22 Uhr Schlusskurses, aber dieses kleine Feld, was wir dort rechts sehen, das ist jetzt die Nacht-Session. Also da ist nichts Nennenswertes passiert. Und wenn man sich mal die Bewegungen der vergangenen Montage anschaut. Gut, wir hatten vergangene Handelswochen Montag direkt erstmal so ein wenig Druck. Wir hatten dann die Woche zuvor, jetzt muss ich allerdings nochmal ganz kurz gucken. Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag war ein bisschen mehr Action. Das war dann hier und dann hatten wir Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag hatten wir hier. Also diese, das war hier drüben ein Montag, das war ein Montag und das hier war quasi schlussendlich ein Montag. Also wir sehen, wenn man sich vielleicht auch nochmal die anderen Handelstage anschaut, dass bis auf den vorletzten Montag, wo wir ordentlich Stärke gesehen haben, die Montage eigentlich gar nicht so nennenswert von Volatilität gesegnet waren. Und wenn man sich jetzt auch nochmal die Prehandel-Session, also die Session jetzt aus der Nacht bis um 8 und von 8 bis jetzt gerade anschaut, dann ist hier nicht nennenswertes viel passiert. Somit ist mein Gedanke heute am Montagmorgen, ihr kennt grundsätzlich meine Einstellung zu Montagen. Ich bin da eh immer etwas konservativerer, es sei denn, es zeigt sich wirklich starkes Momentum wie vorletzten Montag. Ansonsten bin ich erstmal immer etwas konservativerer, denn Montage sind nicht selten statistisch unwolatiler als der Rest der Handelswoche. Wir bekommen natürlich oder bekamen in den letzten Wochen und Monaten auch, bekamen immer mal wieder Montage, die ordentlich Dampf machten, ja was natürlich die Statistik auch zeigt. Klar, man hat immer mal so Montage, die auch Volatilität zeigen, aber auch sehr, 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 sehr viele Montage, die das eben nicht aufweisen. Wenn wir am Montagmorgen dann eben schon solch erstmal Bilder sehen wie jetzt, wo sich der Markt eben nicht nennenswert bewegt, dann bin ich erstmal vorsichtig. Man sollte jetzt gerade den Gedanken auf Volatilität zu handeln, also dass man jetzt sagt, okay, naja, wir werden es jetzt gleich um 9 Uhr haben und dann wird sich der Markt dann schon bewegen. Klar, klar, um 9 Uhr mit der Xetra-Markteröffnung ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir ein wenig Bewegung bekommen, aber es könnte eben auch sein, dass genau diese Bewegung nicht kommt. Und von daher bin ich heute am Morgen erstmal bis zur US-Markt-Session um 15.30 Uhr, möchte ich eher auf Reaktion handeln. Also ich schaue erstmal, dass der Markt bewegt, dass sich der Markt bewegt, idealerweise nach oben oder nach unten, um dann auf diese Bewegungen gegebenenfalls zu reagieren. Bedeutet, dass ich natürlich jetzt erstmal abwarte. Wir haben um 10 Uhr den Live-Trade-Rum, können wir gleich nochmal drauf schauen, hatte ich gar nicht eingangs gezeigt, die Termine für den heutigen Tag. Und ich zeige das gleich mal, ich habe mir schon so ein paar Bereiche herausgesucht, die jetzt schlussendlich für mich wichtig sind, wenn der Markt dorthin läuft, gegebenenfalls auf eine Reaktion zu handeln. Bedeutet schlussendlich auch, natürlich immer mit dem Blick auf die US-Märkte, den wir gleich noch machen werden, dass wir sagen, okay, der heutige Tag könnte gegebenenfalls kein nennenswerter Trendtag werden. Wenn wir ein bisschen nach oben laufen, wäre es eine Reaktion, gegebenenfalls wieder nach unten zu handeln, beziehungsweise wenn der Markt sich von oben, also von der aktuellen Situation nach unten bewegt, dass wir wieder zurück handeln. Also dass wir heute mehr oder weniger einen Seitwärtstag bekommen, ähnlich wie es eben die anderen Montage auch zeigten. Hier schaut mal den Montag ganz links, wenn wir dort eben ein bisschen Bewegung gesehen haben, auf der Unterseite sprang der Markt wieder zurück in die Montagsmitte sozusagen und endete schlussendlich sogar in dem Bereich, wo wir dann eben auch den Montagseröffnungskurs haben. Und wenn wir uns das Ganze mal von den Bereichen anschauen, dann sind wir auf diesem Montagsniveau von vor drei Wochen, genau auf diesem Bereich und in diesem Gebiet. Und wenn wir uns dann eben mal diesen Montag anschauen, okay, da hatten wir einen Trend-Montag, aber wenn wir uns diesen Montag anschauen, der Markt ging erstmal nach unten und fand auch hier wieder zurück zum Eröffnungskurs, quasi mehr oder weniger zurück zur Mitte. Und genau sowas würde ich für den heutigen Tag auch annehmen wollen. Dass wir zum einen keine Extreme in die eine oder andere Richtung sehen, sondern dass, wenn wir Bewegung sehen, der Markt auch gut und gerne erstmal wieder ein Stück weit zurückkommt. Idealerweise muss ich sagen, dass ich mich natürlich auch erstmal ein bisschen mehr für die Aufwärtsseite interessieren würde. Mich würde es wirklich interessieren, wenn wir nochmal ein Stück weit nach unten kommen sollten, jetzt hier am Vormittag eine Long-Position aufzubauen, diese gegebenenfalls dann sogar zu versuchen zu halten. Also da müssen wir das Situativ so ein wenig dann eben ausloten, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Denn, wenn wir uns mal die US-Märkte anschauen und hier mal auf den S&P gehen, stehen ja nach wie vor die Allzeithochs wirklich vor der Tür. Wenn wir uns die vergangene Handelswoche hier mal anschauen, ich hatte es ja in der vergangenen Trading-Woche-Analyse am Wochenende jetzt auch schon aufgezeigt, dass wir zu Beginn der vergangenen Handelswoche ja erstmal so ein bisschen Bewegung hatten. Der Markt ist grundsätzlich so, Mike Schein, moin, das Bild ist heute unscharf, ist es bei dem Rest auch so? Ist das Bild unscharf? Frage ich mal kurz an, ich gebe da mal kurz ein Feedback. Also der Markt hat sich ja vergangene Woche erstmal noch schon so ein bisschen volatiler bewegt, ist dann aber zum Ende der Handelswoche mehr oder weniger hier eingeschlafen und ist in diesem eingeschlafenen Bereich quasi aktuell auch noch drin. Allerdings muss man sagen, ändere die Qualität, schreibt Moritz genau, grundsätzlich muss man allerdings sagen, dass diese Sidewards-Range ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau steht, ganz kurz vor den Pforten der Allzeithochs. Was bedeutet das? Das bedeutet Stärke. Und diese Stärke, die sich nach wie vor an den US-Märkten zeigt, vorrangig im S&P, das ist, da wiederhole ich mich quasi Tag für Tag, weil sich einfach in den letzten Tagen die Situation ja auch nicht geändert hat, ist es natürlich rein Trendfolgend auch die Aufwärtsseite, die mich grundsätzlich hier interessiert. Wenn der Markt nun mal aufwärts läuft und jetzt gerade auf diesem hohen Niveau so ein bisschen seitwärts konsolidierend läuft, ist es natürlich erstmal vorrangig der Gedanke, dass sich der Markt auch wieder gen Norden bewegt. Und wenn wir uns in Richtung der Allzeithochs aufmachen, dann ist es eben der DAX, der sich eigentlich dagegen nicht wehren sollte, beziehungsweise der dann eben auch idealerweise leichte Aufwärtstendenzen sieht und eben eher diese nördlichen Szenarien aufbaut, als eben die Abwärtsszenarien. Somit, wie gesagt, Reaktion, ich möchte mal schauen, was macht der Markt, wenn er zum Beispiel nach oben geht und der S&P das noch gar nicht so mitmacht, dann können wir die Short-Seite handeln, beziehungsweise wenn der DAX ein bisschen nach unten weggeht und das macht der S&P in diesem Maße auch nicht mit, dann würde ich mich hier für Käufe entscheiden. Wie gesagt, getreu dem Motto, es könnte sich heute hier grundsätzlich eine Seitwärtsrange zeigen, die ich da eben, wie gesagt, wo ich erstmal so ein bisschen darauf abziele, diese schlussendlich dann auch zu handeln. Zumindest gibt es seit dem Freitag zum heutigen Tag, auch wenn wir uns das Ganze hier im Dow Jones anschauen, hier hatten wir am Freitag noch Long-Setups kreiert mit einem Breakout aus so einer Range heraus, das waren die Pfeile, die wir uns hier zurechtgelegt haben, der Markt entschied sich schlussendlich für diese Nordseite, sind von dort aus dann auch ein Stück weit nördlicher gelaufen, nicht nennenswert und wir sehen auch hier, dass sich quasi im Dow Jones hier oben so ein Deckel zeigt, hier wird es eben auch interessant, mal schauen, was hier heute Nachmittag passiert, wenn der Markt gegebenenfalls diesen Deckel im Bereich um die Marke ganz knapp kurz vor der 28.000, wenn er diesen Deckel durchbricht, sind wir zum einen dann eben natürlich auch, oder der Markt ist natürlich dann auch bereit, definitiv realistisch bereit, in Richtung der Corona-Hochs zu laufen, in Richtung der Vorwochen-Hochs zu laufen und dann wäre es schlussendlich, wenn wir uns das Ganze kurz auf Tagesbasis anschauen, ist ja der Dow Jones auch nicht mehr ganz so weit weg von seinen Allzeithochs und dann können wir vielleicht für dieses Jahr schon wieder, mal wieder die 30.000 ausrufen. Ja, okay, da sind wir noch nicht, wir sind jetzt in der aktuellen Woche, da würde ich jetzt vielleicht noch nicht die 30.000 ausrufen, aber dass ich jetzt hier, ist jetzt durch diese ganzen Pfeile und Fibonacci auf Tagesbasis nicht so gut zu erkennen, aber dass wir hier erstmal weiter nördlich sind, ebenfalls auf hohem Niveau rangieren, ist denke ich auch hier jedem klar. So, also von daher ist es erstmal die Aufwärtsseite, die mich interessiert. Grundsätzlich sehen wir jetzt auch mit um 9, um 9.01 Uhr haben wir es jetzt aktuell, dass der Markt ein wenig gen Norden läuft und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hatte hier dann schon mal für den heutigen Stream ein paar Bereiche im Heiken Aschischad eingezeichnet. Warum Heiken Aschischad? Das hat jetzt mit dem Heiken Aschischad an sich nichts zu tun, sondern vielmehr damit, dass ich hier nicht so viele Widerstände und Unterstützung drin habe und einfach für den heutigen Tag mal die jeweiligen Bereiche einzeichnen konnte. Da kommen jetzt auf der Nordseite, und das sind jetzt die ersten Bereiche, die mich da interessieren, kommt zum einen die Area Pi mal Daumen so im Bereich um die Marke 950, 955. Das ist ein nächster Widerstandsbereich, der mich da interessiert. Wenn ich dort einen Short Trigger bekäme, würde ich genau das handeln, was ich gerade gesagt habe, dass man hier mal schaut, ob das Hinnort in Richtung des Ausgangsniveaus, ob man hier dann die Shortseite erwischen kann, um eben wieder ein Stück weit zurück zu handeln. Beziehungsweise ist es dann als nächstes der Bereich Pi mal Daumen 13.000. Das sind dann, meine ich, hier die Freitagshochs. Wenn wir dort kurz drüber gehen, zum Beispiel hier so einen kleinen Fehlausbruch sehen, der Markt sich nicht weiter gen Norden entscheidet, sondern in diesem Bereich wieder zurückfällt, dann wäre es hier genau so die Shortseite, beziehungsweise auf der Unterseite Freitagstiefs, diese dann eben auch am 11. August hier in den Tiefbereich darstellt. Also dieser Bereich ist interessant, schlussendlich als Unterstützung, wenn wir quasi in diesen Bereich reinlaufen, Trigger abwarten, das Ganze wieder gen Norden zu handeln, beziehungsweise nochmal so ein kleines Stück weit tiefer. Hier kann man sogar aufgrund dessen, dass diese Bereiche so eng beieinander liegen, überlegen, ob man aus diesen zwei Bereichen hier, das ist dann so 760, 770 und eben der 800er Bereich, hier könnte man fast ein Szenario draus machen, wo man dann sagt, okay, stopp irgendwo da drunter, wenn wir hier einen Trigger bekommen, um dann eben das Ganze wieder auf der Nordseite zu handeln. Also, ich warte erstmal ab, dass der Markt in die eine oder andere Richtung läuft. Er läuft jetzt erstmal nach oben, war jetzt schon knapp in diesem oder ist schon oben in diesem Bereich drin und da wird es eben interessant, können wir gleich mal gucken, ob der Markt sich hier oben, da können wir dann, Moment, gehen wir mal kurz auf den Icon Aschi Chart, können uns das zum Beispiel hier auf 5 Minuten anschauen, aber da es jetzt so schnell geht, würde ich mich hier durchaus auch mit dem Minutenschart beschäftigen wollen. Mal gucken, wie wir hier oben mit diesem 950er Bereich umgehen und wenn wir dann rot werden, wäre es hier ein Gedanke, dann eben entsprechend nach unten zu handeln. Das ist so mein grundsätzlicher Gedanke und das werden wir, und das kann ich nochmal ganz kurz einblenden, das hatte ich eingangs vergessen, für diejenigen, die es ja noch nicht wissen und noch nicht kennen, wir haben ja den Live-Trading-Room, erstmal jetzt nach diesem Stream kommt Christian Kemmerer mit dem Devisenradar um 9.30 Uhr und dann um 10 Uhr werden wir den Live-Trading-Room haben und dort werden wir an die Ideen, die wir jetzt gerade kreieren, dann quasi anknöpfen und eben schauen, okay, wie können wir diese Ideen dann eben auch in Trades ummünzen beziehungsweise vielleicht gab es schon den ein oder anderen Trade meinerseits und wie können wir auf meinen Ideen, beziehungsweise nicht wir, sondern es sind ja alles meine Ideen, das sind ja keine Empfehlungen, aber ich möchte euch natürlich hier zeigen, wie ich dann eben auch aufgrund meiner Analyse dann eben auch schlussendlich natürlich den Markt handele. 14.45 Uhr die Vorbereitung auf die US-Markteröffnung und dann werden wir heute mit der US-Markteröffnung auch nochmals einen Live-Trading-Room um 15.30 Uhr haben, wo wir uns dann der US-Markt-Session widmen und überlegen, okay, was können wir ähnlich wie mit der europäischen Session, die ja jetzt gerade startet, wie können wir gegebenenfalls mit der US-Markt-Session umgehen. So, jetzt sind wir hier oben in den Bereich reingelaufen, noch nicht ganz. Ja, also ich würde jetzt hier schon noch einen Satz nach oben abwarten wollen, also wenn wir jetzt rot werden, um das mal als Beispiel hier zu nennen und so ähnlich machen wir das dann im Live-Trading-Room, wenn wir jetzt hier rot werden, würde ich noch nicht handeln wollen, klar, kann auch sein, dass wir direkt nach unten laufen, dann ist es halt so, wie gesagt, ich möchte ja etwas konservativerer handeln, ich würde hier schon durchaus nochmal abwarten wollen, dass wir gegebenenfalls, wenn wir kurz rot werden, nochmal grün werden in den Bereich reingehen, somit diese Hochs hier nochmal kurz überschreiten und wenn wir dann dort in diesem Bereich rot werden, dann wäre es der Gedanke halt diese besagte Short-Seite, also wir reagieren auf die Bewegung, weil ich einfach in Anführungsstrichen nicht daran glaube, dass Stärke oder entsprechend Schwäche heute am Vormittag erstmal eine gewisse Nachhaltigkeit erfährt, ja, das ist so der Kerngedanke dahinter, schauen wir uns das Ganze hier im US-Markt nochmal an, der S&P kommt auch ein wenig nach oben, ist wie gesagt vor den Toren der Allzeithochs, mal schauen, wenn natürlich der Markt eben heute wirklich stark nach oben läuft, die Short-Setups im DAX vielleicht gar nicht kommen oder der Markt sich eben ja wirklich, wirklich stark bewegt, ist es natürlich auch durchaus realistisch, dass die US-Märkte schon auf Allzeithoch heute eröffnen, das würde ich jetzt erstmal allerdings nicht, also nicht als solches einplanen wollen, zugegebenermaßen für mein Trading, sondern dass wir ebenfalls wie in den europäischen Märkten, dann eben auch im S&P und im Dow Jones, dann eben auch heute um 15.30 Uhr in etwa auf diesem Niveau eröffnen, wo wir am Freitag geschlossen haben. Gehen wir nochmal ganz kurz auf den Euro-US-Dollar, hier werden wir uns nachher wieder des Heiken Aschi-Shards als Trendfilter widmen, der zeigt klar Gen Norden und wir sehen auch den Euro-US-Dollar, dass wir eben auch in der vergangenen Handelswoche dann schon wieder in den Long-Bereich gewechselt sind. Wir sehen aktuell, dass der Euro-US-Dollar mittlerweile auch wieder Gen Norden läuft, also hier läuft erstmal alles nach Plan, die Details dazu im Live-Trading rum und der Goldpreis, der ist jetzt erstmal heute Nacht so ein wenig in den Nord-Bereich gelaufen, auch hier ist es allerdings so, dass ich am Montagvormittag eher weniger den Goldpreis handle, weil es in der Regel auch hier erst mit der US-Markt-Session für die Woche losgeht an Bewegung. Wir kommen hier so langsam in den Long-Bereich, richtig Long, das hatten wir am Wochenende mit der Trading-Wochen-Analyse besprochen, so richtig Long wird es quasi erst, wenn wir so in den 3, 4, 85er-Bereich hier oben wieder kommen. Ja, da seht ihr, da habe ich extra drei Pfeile gezeichnet für so richtig Long. Und wir hatten dann hier eben diese Trendlinie eingezeichnet, diese kleine Mini-Formation mit dem Gedanken, dass wir hier unten, wenn wir dann doch nach unten laufen sollten im Goldpreis, was definitiv nicht ausgeschlossen ist, dass wir, Moment, wo ist der Pfeil hier, dass wir hier unten dann so an die Short-Seite denken wieder, hier oben erstmal so ein bisschen unterhalb des grünen Pfeils jetzt erstmal so ein bisschen Niemandsland haben und jetzt gerade, ja schon im Long-Bereich sind, allerdings Montagvormittag, ich mich hier noch so ein bisschen zurückhalte, vielleicht laufen wir eben auch zur US-Markt-Session dann doch nochmal ein Stück weit nach unten und dann können wir vielleicht auch schon hier unten mal die Long-Seite etablieren. Wir können auch uns hier den Trendfilter dann nochmal anschauen. Wer sowas benötigt für den Handel, habe ich da eine ganz gute Idee, den man sich in den Markt reinlegen kann. Im Hintergrund sieht man dann den übergeordneten Trend und dann kann man sich entsprechend die Signale auf kleineren Zeitebenen dann eben selbst kreieren. So, also das sind so die Gedanken. Dann schaue ich nochmal ganz kurz über die Fragen. So, Alibaba als Aktie. Gut, können wir uns vielleicht gerne im Live-Shotting mal anschauen. So, also da kam ein Rücksetzer, das können wir uns dann nachher natürlich mal anschauen. So, steht hier oben noch ein wunderschönen Guten Morgen, 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 Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, alles Bestens bei mir. Ja, gut, also steht nicht so viel. Ja, natürlich ein wunderschönen Guten Morgen, einen schönen Start in die Handelswoche wünsche ich euch allen. Meine Ideen stehen für den heutigen Handelstag am Montag. Mal gucken, wie sich der Markt zeigt. Und nochmal ganz kurz vielleicht für diejenigen, die jetzt erst später mit dazugekommen sind, ganz kurz nochmal der Gang auf den 5-Minuten-Chart. Ich persönlich möchte heute erst die Reaktion handeln. Alles, was jetzt hier irgendwo stattfindet, wenn wir jetzt wieder zurücklaufen in dieser Eröffnungskurs-Bereiche, also wenn wir jetzt quasi hier ja den 8 Uhr Eröffnungskurs haben, hier in etwa gleicher Ebene, dann auch den 9 Uhr Eröffnungskurs. Wenn wir uns hier in diesem Bereich unten immer wieder aufhalten und nicht weit genug nach oben oder unten laufen, dann mache ich erst mal nichts. Das könnte so aussehen wie Freitag dann zum Beispiel. So eine Area habe, so eine Side-Rats-Range. Und da ist es für mich wirklich äußerst ungünstig, äußerst uninteressant, überhaupt zu agieren, weil einfach ich ja auf Bewegung gehe. Ich brauche Bewegung. Und wenn Bewegung kommt, wenn Volatilität aufkommt, dann möchte ich handeln. Und wenn sie eben nicht da ist oder nicht genügend da ist, dann ist es zumindest jetzt hier für den Montagvormittag für mich eher uninteressant, überhaupt irgendwas zu machen. In diesem Sinne, ich wünsche euch erstmal Good Trades und Mega-Trading für den heutigen Vormittag. Gern um 10 Uhr von meiner Seite, zusammen mit euch natürlich im Live-Trading-Room mehr. Ich freue mich drauf, dann um 9.30 Uhr gleich der Christian Kemmerer mit dem Devisenradar mal sehen, was der sich schnappt heute am Montagvormittag. Heute Nachmittag 15.30 Uhr nochmal Live-Trading-Room und vorab 14.45 Uhr die US-Opening-Bail. Bis dahin, euch nur das Beste. Würde mich freuen, wenn ihr an diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Also, bis später in alter Frische. Euer Markus. Tschüss. JFT. Just fair and direct.